Oh, jetzt regnet es auch noch. Na ja, gut, ist sowieso vorbei. Ich warte jetzt vor der Tür auf den Twieser. Da kommt er gerade. Hallo Twieser. Morgen, Servus. Ja, der holt mich ab. Wir wollen jetzt zusammen zum Flughafen und ja, ich wollte gerade noch einen Vlog aufnehmen. Da steht er schon da. Also ich wollte erstmal kurz Resümee machen. Also es waren ganz, ganz tolle Tage. Wir haben tolle Leute kennengelernt und gestern der Abschieb fiel allen so schwer. Die Elli, da merkte man schon, die kämpfte ein bisschen mit den Tränen und das war wirklich schwer. Aber ich denke, wir werden uns alle wieder sehen irgendwann. Kommen die mal zu uns zum Sommerfest oder wir sind mal wieder in Wien. Und ja, Hotel war super. Die Leute waren nett. Und ja, gestern haben wir noch schön gegessen. Waren wir in einem, wie hieß das, Baundinger? Ein Brandauers Bierbogen. Ja genau, Brandauers Bierbogen. Das ist, dieser Brandauer, das ist wohl, der hat mehrere, das ist eine Kette. Der hat drei, vier Lokale in Wien. Drei, vier Lokale in Wien und das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Wenn ihr mal in Wien seid, da könnt ihr Essen für relativ kleines Geld, gutes Essen und reichlich. Also die Portionen, die waren gewaltig. Der Micha hat auch seinen Tafelspitz bekommen und alles war gut, ja. Und dann jetzt habe ich mich rausgemogelt aus dem Bettchen. Der Gerard, der schläft noch. Der, ja, der muss ja erst später in den Flieger. Aber wir müssen jetzt los, weil um 6.20 Uhr heben wir ab und eine Stunde vorher muss ich einchecken. Ich glaube, Boarding ist um 10 vor 6 und jetzt ist es, ja, 10 vor 5. Wenn wir dann 5.20 Uhr da sind, müsste das reichen. So, aber jetzt geht es erst mal los. Ich wünsche euch noch was. Einen schönen, angenehmen Wochen... Einen angenehmen Wochenstart. Ich habe noch keinen Kaffee getrunken. Ich muss gleich mal einen haben. Ja, und wir sehen uns später wieder. Bis dahin. Ciao, euer Bob. Tschüss. Servus.